Aha, mein erster Guinness. Also ein witziger ist mehr so, dass diese Dose, die hat hier irgendwie so eine kleine Flasche drin. Und wenn du die hier aufmachst, dann schießt halt das Ganze, weil das ist bei Guinness halt erstmal ohne und dann mit Säure. Und, ähm, oder Gas. Ich war aber auf einer Party, wo das nicht im Kühlschrank war. Das war der erste Versuch halt mit diesen und auf einmal explodieren halt irgendwie so ungefähr 300 von den Dinger halt und dann durch den Zimmer. Und das war eine Modeschau halt in Dublin. Eine Freundin von mir war halt eine Designerin. Und dann auf einmal siehst du halt, wie alle irgendwie komplett in braun gehen, dass irgendwie so von oben bis unten irgendwie so gedeckt wurde. Aber das war ja die erste. Deswegen mache ich es jetzt nicht auf und warte, bis es richtig warm ist, weil dann, ah, dann explodiert es einfach viel besser. Ja, weiße Socken. Und auch nicht sauber. Das ist schön. Irgendjemand hat mir jetzt seine gebrauchte Socken gegeben. Ja, das ist halt irgendwie so ein Ding, die, ich weiß genau, was das zu sagen ist, weil meine Schwestern haben mich einmal hinter, sind die hinterhergerannt, weil ich weiße Socken anhand. Und das war die komplette Sünde. So in die, die achse Jahre rauszugehen, halt irgendwie so tanzen mit weißen Socken, das war, also so ist es aber, weißt du, die Jungs irgendwie so ziehen sich sauber an, denken halt irgendwie so, jetzt wird gefeiert. Kommen die rein, drei Mädels sagen halt, oh mein Gott, der hat weiße Socken an. Abends Ende. Tschüss. Fertig. Der Typ, der kann sich ja nackt aussehen. Solange sie diese Socken an, passiert ja gar nichts. Und meine Schwester meint halt irgendwie so die Modepolizei für mich. Und, ähm, ja, weiße Socken ging gar nichts. Was, was sonst ging gar nichts? Ja, alles das mit, ähm, mit cool ging gar nichts. Also das, was die Jungs sich als cool vorgestellt haben, sind normalerweise Frauen nicht cool von, zum Beispiel auch Socken. Schweine. Ey, weißt du was? Ohne Scheiß. Ich hab tatsächlich in einem Schlachthof gearbeitet. Ich hab in einem Schlachthof gearbeitet und ich, ähm, ich hab die ganze Schweine aus dem Kühlschrank geschoben. Jeden Morgen. 1200 Schweine. Hat sich vorständig. Ich hab deswegen hier den Breitenkreuz. Aber ein, ein Ding ist passiert einmal und ich hab das, das Gefühl, dass es eine Art Revanche war. Und, äh, so bei, bei einem Schwein hab ich geschoben und, ähm, und die hatten so einen riesengroßen, so einen, ähm, schweren Metallhanger. Und dann wird das Schwein halt in zwei Hälften darauf hängen und ich musste es halt schieben. Und, ähm, drinnen, wenn du in den Kühlschrank gehst, dann nächsten Morgen wird es draus genommen, dann ist es einfach zu schneiden, weil es gefroren ist. Aber, bei mir, ich schieb das Ding und auf einmal kommt ein Schwein unten und haut mir den Helm weg und dann kam der Hanger unten. Und dann hab ich immer noch zwei Stich, genau hier. Aber der Witz war dazu, ich hab dann natürlich, ich musste halt irgendwie so nächsten Tag, dürfte ich nicht, ähm, dürfte ich nicht in die Arbeit gehen halt. Und, ähm, die haben nicht gewusst, dass ich nicht in diesen Kühlschrank war. Und dann haben die 1.200 fucking Schweine dahin geschickt und die hängen alle an einem Bar, die müssen immer aussortiert halt. Und dann innerhalb von, glaub ich, einer halben Stunde haben die gemerkt, wie das hängt ein bisschen. Und dann fallen alle 1.000 Schweine aufeinander. Und dann kommen die Arbeiter rein und denken halt, fuck, wo ist der Junge hier, arbeitet halt. Und die haben die Schweine, die haben die Ausnahme genommen. Und, äh, weil ich nicht da war, die zu sortieren, hat dieses Stau mir so sich gegeben, dass es zu schwer war für die eine Bar. Und dann rufen die bei mir an zu Hause halt, der mich so, ja, hallo, ist, äh, ist Regal wieder? Ja? Ah, Explosion. Aber Keine ist gestorben, die Schweine haben am Ende gewohnt halt. Und, ähm, ja, Schweine, Schweine. Ich bin trotzdem aber keine Vegetarier. Was willst du? Hahaha. Oh mein Gott. The fuck is das? Ah, schmutziges Wasser. Aber du wolltest mir da wahrscheinlich Ölverschmutzte Wasser erzählen, halt, glaub ich. Das ist aber aus Oberhausen. Was ist denn? Das ist nicht so wie Ecuador, aber ich finde es irgendwie so schön, dass sie mir das in die Hand drückt, weil, wenn du dir überlegen musst, dass ein Mensch sowas trinken musste, dann willst du dir nur was Schlechtes antun. Ähm, und ich habe in Ecuador irgendwie so ein Projekt ins Leben gebracht, äh, das heißt Clearwater. Und was wir versuchen zu machen, ist halt, nicht versuchen, wir versuchen jede Familie, zweieinhalbtausend Familien, versuchen wir zur Versorgung mit sauberes Wasser. Und das sind einheimische Familien, die leiden unter schmutziges Wasser. Ich gebe dir das jetzt zurück. Ähm, und es ist so, dass wir, ähm, haben schon die erste tausend Familien jetzt versorgt und sind auf dem Weg, die ander tausend von 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 den zu versorgen. Aber es ist, ähm, das ist ein menschliches Recht, sauberes Wasser. Und das ist immer, was ich, jemand sagt, das Versuch einen Tag ohne, und der wird sich schon merken, ähm, was das ausmacht. Und bin wahnsinnig stolz auf die Arbeit, aber das sind Projekte, die wir gestartet haben, die, ähm, die Einheimischen selber führen halt. Und, ähm, ich habe viel in Deutschland von verschiedenen Hilfsorganisationen gelernt, wie man sowas kann, wie man das irgendwie so, äh, ins Leben bringt. Und bin ich sehr dankbar, halt, vom Donkelziffer-EV bis die Arche, Kinder-Not-Helfe. Die haben mich alle irgendwie so gezeigt, wie man sowas bauen kann. So, es ist ein bisschen Verbindung zwischen Deutschland und Ecuador, und ich finde es super. Ich habe ein BVB... Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ganz groß. BVB, check it out. Ähm, ich war in Arsenal, also die Emirates, im Stadion. BVB haben gegen, ähm, Arsenal gespielt, 2-1 gewonnen. Wenn ich das richtig in den Kopf habe, oder 2-0? Nee, 2-1. Ähm, und, äh, Roman Weidenfelder ist ein Freund von mir, und ich habe ihn angepiepst. Roman, bitte, wir sind im Studio, zwei Kilometer weg von dir, hast du zwei Tickets. Ich hatte mir zwei versorgt, und, äh, dann stehe ich halt in, ähm, so auf der Seite, nicht in die Kurve. Und da sind halt in die Kurve so 5, 8.000 BVB-Funds und flippen komplett aus. Und sind so laut, viel lauter als alle anderen 40.000, äh, Arsenal-Funds. Und dann haben die angefangen zu singen, und dann, äh, wenn du siehst, ich bin da. Ich bin Borussia, Borussia, Borussia Dortmund, äh, BVB. Aber es ist like, you're fucking singing, Supergirl. Ich glaube es nicht. Doch. Und dann habe ich es nochmal gesungen. Ich war stolz, wie, oder, ganz ehrlich gesagt, ey, wenn ein Fußballverein irgendwie so, weil du kannst sowas nicht wollen, du kannst es auch nicht anleiern. Das ist so wie damals, ähm, vom, ähm, vom Saviour, dieser Weg halt. Das ist von sich, weißt du, es ist passiert. Und dann, alle anderen Versuche danach mit, wir brauchen, hey, so Kadira kam mit ein Lied, und alle hatten Bushido da reingebracht, oder irgendeinen DJ. Und dann war das halt nicht so populär, weil ich dachte, nee, alles, was von sich auskommt, fand ich super. Also vor allem hier, hey, ein Fußballverein, das da ein Lied singt. That's a kid's dream, come true, right there, we're singing my song. Supergirl. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Vielen Dank.